Ausgangspunkt ist diesmal die Hochliteratur. Wir schauen uns eine Stelle aus Goethes Faust an. Das schönste Bild von einem Weibe, ist's möglich, ist das Weib so schön, muss ich an diesem hingestreckten Leibe den Inbegriff von allen Himmeln sehen. Hm, ganz so toll klingt das nicht. Goethe reimt hier schön auf sehen, einmal ö und einmal e. Und das ist keineswegs ein Einzelfall, an anderer Stelle wird hören auf wehren und Schwelle auf Hölle gereimt. Kann man schon machen, die Vokale unterscheiden sich aber. Es sind unreine Reime. Ist Goethe also womöglich doch kein so toller Dichter gewesen, wie wir alle immer dachten? Naja, seien wir mal nicht so streng. Wenn man so viele Verse schmiedet, kann nicht jeder perfekt sein. Und Goethe war damit nicht allein. Auch Kollege Schiller machte das, wie man etwa hier im Lied von der Glocke sehen kann. Und der Unterschied zwischen I und Ü und zwischen E und Ö ist ja auch gar nicht so groß. Sie unterscheiden sich aber in einem Artikulationsmerkmal, nämlich in der Lippenrundung. Schauen wir uns das mal genauer an. Hier sehen wir das Vokaltrapez, links die vorderen Vokale, rechts die hinteren. Hier sind aber viele Vokale eingezeichnet, die wir im Deutschen gar nicht haben. So sind die hinteren Vokale im Deutschen immer gerundet. Hier spielt das Merkmal der Lippenrundung also keine Rolle. Anders sieht es bei den vorderen Vokalen aus. Hier haben wir eine ungerundete und eine gerundete Variante. Nehmen wir mal I und Ü. Beide Vokale unterscheiden sich nur in der Lippenstellung. Wenn ich also ein I artikuliere und dabei die Lippen schürze, geht es über in ein Ü. IJÜ. Minimalpaare hierfür sind Liegen-Lügen bei den Langvokalen und Kiste-Küste bei den Kurzvokalen. Und genauso auch bei E und Ö, wie in Lesen-Lösen und Kennen-Können erkennbar wird. Diese vorderen gerundeten Vokale Ü und Ö haben viele andere Sprachen nicht, deshalb tun sich viele Deutschlernende damit schwer. Nun kann es aber sein, dass im Laufe der Sprachgeschichte es zu Rundungen und Endrundungen kommt, das heißt aus einem ungerundeten Vokal wird ein Gerundeter oder andersherum. Schauen wir uns zunächst die Rundung an, auch Labialisierung genannt. Sie hat ab dem 13. Jahrhundert teilweise im Oberdeutschen stattgefunden. Davon sind nur einige Wörter in die deutsche Standardsprache eingegangen. So hieß es im Mittelhochdeutschen noch überwiegend zwölf, läschen und flistern. Hier wurden die Vokale zum Neuhochdeutschen gerundet. Warum hat sich die Rundung aber gerade bei diesen Wörtern durchgesetzt und nicht bei anderen? Das ist generell schwer zu sagen, begünstigt wird der Prozess aber von der konsonantischen Umgebung. Manche Konsonanten werden selbst eher gerundet artikuliert, so etwa das W in zwölf. Da ist es einfacher, zwölf zu sagen. Man kann diesen Vorgang also als Assimilation sehen. Der Vokal passt sich in diesem Merkmal dem vorangehenden oder, wie im Fall von läschenlöschen, dem nachfolgenden gerundeten Konsonanten an. Auch die in Faust vorkommende Hölle war früher übrigens noch ungerundet, also helle. Im Mittelhochdeutschen haben sich Schwelle und Hölle also noch gereimt. Ein Wort, bei dem es noch lange Zeit Variation gab, ist Hilfe oder eben Hilfe. Die gerundete Form war vor allem durch Luthers Bibelübersetzung noch sehr lange verbreitet. Erst im 20. Jahrhundert hat sich die ungerundete Variante endgültig durchgesetzt. Nun aber zum gegenläufigen Prozess. Die Entrundung ist bereits im 12. Jahrhundert im Bayerischen belegt, hat aber im Frühneuhochdeutschen fast im gesamten hochdeutschen Sprachgebiet stattgefunden. Auch hier haben sich aber letztendlich nur wenige Lexeme durchgesetzt. Beispielsweise hatten Kissen und Nerz im Mittelhochdeutschen noch gerundete Vokale. Auch der Diphtong I konnte durch Entrundung entstehen, wie hier in Ereignen. Das ist deshalb ein schönes Beispiel, wer in der mittelhochdeutschen Form noch der Zusammenhang mit Auge erkennbar ist. Der ist durch die Entrundung verloren gegangen. Besonders im Oberdeutschen sind entrundete Vokale auch heute noch vorhanden und auch zu Goethes Zeiten gab es hier viel Variation. Wenn also Goethes schön auf Seen reimt, hat das für einige seiner LeserInnen wie ein ganz normaler Reim geklungen. Hat vielleicht sogar Goethes selbst die Vokale entrundet artikuliert? Das wäre ja eine Erklärung für die unreinen Reime. Naja, höchstwahrscheinlich nicht, denn in einem überlieferten Gespräch hat er das Phänomen sogar erwähnt. So habe ich nicht selten statt Küstenbewohner Kistenbewohner, statt Türstück Tierstück, statt gründlich grindlich, statt trübe Triebe und statt ihr müsst ihr Mist vernehmen müssen. Nicht ohne Anwandlung von einigem Lachen. Goethes damaliger Gesprächspartner Johann Peter Eckermann fügt noch eine Geschichte hinzu. Dieser Art, versetzte ich, ist mir neulich im Theater ein sehr spaßhafter Fall vorgekommen, wo eine Dame in einer misslichen Lage einem Manne folgen soll, den sie vorher nie gesehen. Sie hatte zu sagen, ich kenne dich zwar nicht, aber ich setze mein ganzes Vertrauen in den Edelmut deiner Züge. Da sie aber das Ü wie I sprach, so sagte sie, ich kenne dich zwar nicht, aber ich setze mein ganzes Vertrauen in den Edelmut deiner Züge. Es entstand ein großes Gelächter. Goethe entrundete also nicht, inwiefern bei Kollege Schiller der schwäbische Einschlag spierbar war, weiß ich nicht. Denn in den oberdeutschen Dialekten sind entrundete Vokale keineswegs unüblich. Im Gegenteil, dementsprechend finden wir sie auch in zeitgenössischen Dialekttexten. Das trifft aufs Schwäbische zu, aber auch aufs Bayerische. Hier haben wir eine Stellenanzeige, die auf Bayerisch verfasst wurde. Und wir finden mehrere Belege für Entrundungen, zum Beispiel Biro, Mägliche und Leit. Die entrundeten vorderen Vokale sind also ein ganz typisches Merkmal fürs Bayerische. Bei manchen Lehnwörtern gibt es aber auch im Standard Variation, zum Beispiel bei System bzw. System. Hier haben wir eine annähernd gleiche Verteilung der gerundeten und ungerundeten Variante. Beide kommen quasi überall vor. Und System ist auch ein gutes Stichwort, denn abschließend können wir sagen, dass Rundung und Entrundung zwei gegenläufige Prozesse sind, die in der deutschen Sprachgeschichte nur unsystematisch, inkonsequent stattgefunden haben. Falls Sie etwas nicht verstanden haben, komme ich gerne in den Kommentaren zur Hilfe. Und wenn Sie einen Daumen nach oben drücken, freut mich das. Und denn hier kann es auch hier finden. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.